WNOZ nah dran. Hier ist der Podcast der Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung. Forschungen haben gezeigt, dass das Singen im Chor das Stresshormon Cortisol reduziert und den Antikörper Immunglobin A erhöht. Wer also was für sein Immunsystem machen will, der singt im Chor. Stefan Held und Alexander Biesinger wissen das schon lange. Deshalb singen sie auch schon seit vielen Jahren im Schriesheimer Männerchor Lyra. Ganz logisch. Hallo ihr zwei. Hallo Jessica. Ganz lange ist genau wie lang. Also ich, Stefan, singe schon seit ich 14 Jahre alt bin. Bin jetzt 58, also dementsprechend 44 Jahre. Danke, dass du das jetzt noch gesagt hast, sonst hätte ich jetzt hier rechnen müssen. Ja, das habe ich sehr vereinfacht. Super, danke dir. Wie schaut es bei dir aus? Ich singe eigentlich auch schon mein Leben lang gerne sozusagen im Chor oder in diesem Chor eigentlich erst seit fünf Jahren ungefähr. Da bin ich dazu gestoßen. Und jetzt habe ich ja gerade den Einstieg gewählt mit den Forschungen, die eben sagen, Singen ist nicht nur gesund, sondern bringt dir auch noch was, so ungefähr im Sinne von Immunsystempuschend. Könnt ihr das unterschreiben? Ob das jetzt gesundheitlich fördernd ist, wenn wir Auftritte hatten. Wir haben ja viel trainiert dafür und das waren ja so Preissingen. Wenn ich dann auf der Bühne stand, also die Konzentration und das war also schon abeilig und man hat wirklich ein bisschen gezittert. Ich denke mal, klar, vielleicht tut das dem Körper auch gut, auch wenn man in einer gewissen Weise angenehm aufgeregt ist. Also kannst du jetzt nicht sagen, ich war seitdem nie wieder krank? Also ich bin selten krank, aber gut, dann sagen wir mal, das hängt davon, kam von davon, vom Singen. Also ja, also merke ich jetzt nicht, aber ich denke, es ist schon von der Atmung her und so bei der Singstunde. Kann ich mir das gut vorstellen, dass das gesundheitsfördernd ist, ja. Ja, wahrscheinlich kann man das auch so sehen. Jetzt so eine richtige medizinische Erklärung habe ich vielleicht nicht, aber vielleicht noch ein anderer Aspekt. Also wenn man in einem Chor singt, dann ist man ja eine Gemeinschaft und man singt zusammen, man hat zusammen Auftritte, man trainiert zusammen oder übt zusammen und natürlich sitzt man auch hinterher noch gemütlich zusammen. Also von daher ist das schon eine Sache, die ausgleicht sozusagen, wo man auch so ein bisschen von dem Alltag abschalten kann. Man konzentriert sich auf seine Lieder, auf seine Aufgabe sozusagen in der Stimme und hat natürlich auch Freunde in dem Chor, mit denen man Zeit verbringen kann. Den Männerchor Lyra gibt es jetzt seit 1923, wer schnell mitrechnet. Ja, dieses Jahr 100-jähriges Jubiläum. Das ist eine Hausnummer. Wie ist da so euer Werdegang kurz? Also ich denke, das war halt früher so. Das war im Verein, in einer Gemeinde, da gab es die Feuerwehr, da gab es den Gesangsverein, ja vielleicht noch ein, zwei Schützenverein und da sind einfach die Mitglieder gereift und die haben sich dann zusammengerauft und einen Verein gegründet. Und dann sind die, so wie es bei mir war, mein Vater war Vorstand, ich als Sohn mit dazu, kam dann mal mit rein und einen Freund, Schulfreund mitgenommen und der dann auch ein paar Jahre noch mitgesungen hat. Und ja, so sind die gewachsen. Als ich dazu kam, wie gesagt, 14 Jahre, da waren die alten Herren oder die Jungen, wir waren an jedem Tisch gesessen. Also da gab es keine Grüppchen, wir waren integriert und da hat man da mal was zu trinken auf den Tisch gestellt, kriegt nach der Singstunde und ja, war einfach schön. Lief nicht viel im Fernsehen sonst, Radio wurde auch erst erfunden, von daher musste man wahrscheinlich eine andere Freizeitaktivität finden. Bei uns im Verein war es so, damals 1923, so ein Grüppchen von, ich glaube 24 Leute waren das, die haben dann erst so bei Kirchenauftritten oder sowas gesungen oder im Freundeskreis, um dort irgendwie zum Geburtstag zu gratulieren. Und so ist der Verein dann gewachsen, aus diesem kleinen Grüppchen sozusagen immer größer geworden, bis man sich dann, ich glaube es war ein paar Jahre später sogar, nach der eigentlichen Gründung, wo man dann tatsächlich öffentliche Auftritte hatte, wo man dann in Richtung Preissingen und sowas gegangen ist und da wirklich sich auch präsentiert hat in der Öffentlichkeit. Welche Art von Liedern und Musikrichtung bevorzugt ihr in eurem Repertoire? Also ob das jetzt dann bei den Proben ist oder tatsächlich dann bei Auftritten? Es hängt ein bisschen davon ab, also wir sind sehr breit aufgestellt, sage ich mal, von traditionellem Liedgut, wie aus der Traube in die Tronne zum Beispiel, von Klassiker von allen Männerchören wahrscheinlich, bis hin zu modernen Sachen wie Robbie Williams, Angels zum Beispiel oder auch andere englischsprachige Lieder, Balladen, aber auch rockiges, also den Gospel, ja, auch andere Sprachen, wir haben italienische Lieder im Repertoire. Muss ich dann italienisch können, wenn ich bei euch da singe? Nein. Also unseren Dirigent, der erklärt das für die nicht italienisch Sprechende, was wir ja alle eigentlich sind, wirklich so, also das kriegt man gut hin. Okay, interessant, ja. Das ist uns wichtig bei allen Liedern, dass man auch weiß, von was man singt und nicht nur irgendwie Buchstaben aneinander reiht und das versucht rüberzubringen. Und ich denke, es ist auch wichtig, dass man weiß, was das Lied transportieren will. Wie oft und wo probt ihr denn normalerweise, um dann zum Beispiel die Auftritte vorzubereiten? Also wir haben donnerstags, haben wir einmal die Woche, haben wir Singstunde und wir haben jetzt seit dieses Jahr, ne war es, oder Anfang dieses Jahr? Ja, ich glaube April. Haben wir ein eigenes Sängerheim. Es ist eine Gaststätte, die nicht mehr geöffnet hat. Da hat uns der Gastwirt praktisch den Raum vermietet und so, da konnten wir uns das einrichten, was total toll ist. Hier nochmal vielen Dank an die Gaststätte Frank. Genau, einmal die Woche donnerstags von 18.45 Uhr bis ca. 20 Uhr. Wir haben so eine kleine Söhne-Schrissheims-Gruppe noch gegründet von so ca. 16 Sängern und wir haben dann im Anschluss noch Singstunde und wenn es natürlich auf den Preissingen oder so geht, da haben wir auch Sondersingstunden, also da ist doch mal Samstagvormittag oder so ist dann auch mal, aber generell einmal die Woche, donnerstags abends. Aber wenn ich das jetzt auch wiederum richtig zusammengerechnet habe, kann das auf zwei, drei Stunden Singen hinauslaufen? Wenn man in diesen anderen Chor Söhne-Schrissheims-Gruppe macht. Oder gibt es jeden Abend Tee mit Honig? Nein, also ich kann nur von mir reden, ich weiß nicht, ob andere da was tun. Ich mache da nichts. Also ich meine, ich habe auch nicht große Probleme mit Erkältung oder Krankheiten oder sowas. Ach stimmt, das Immunsystem. Ja, haben wir geklärt. Von daher, also ich weiß nicht, wir sind ja auch keine Pavarottis oder sowas. Wie läuft die Probe ab bei euch? Also die Sänger treffen sich, die finden sich ein, da hat jeder seinen Platz, weil das ist ja nach Stimmen, wir haben vier Stimmen. Erster, zweiter Tenor und erster, zweiter Bass. Jeder hat seine Stimme und da hat jeder seinen Sitzplatz, seine Noten, seine Mappe mit den eigenen Noten, wo er eigene Vermerke auch macht. Dann trifft unser Dirigent ein und er ist eigentlich der Maestro. Er sagt, wo es lang geht. Da machen wir meistens, machen wir kurz Atemübungen, stehen alle auf, Atemübungen. Einsingen, ja, ganz wichtig. Einsingen, wenn eins Geburtstag gehabt hat, dann wird vor dem Singen dem kurzen, kleines Geburtstagsständchen getrellert. Da hat man auch schon ein bisschen die Stimme eingesungen. Und dann geht es zu dem Liedrepertoire, zum Beispiel jetzt auf unser Fest hin, die vier, fünf Lieder, die wir vortragen als Großer Chor, die werden natürlich geübt. Also das, die machen wir. Und dementsprechend nach der offiziellen Singstunde, wenn die Söhne Schriesheims drankommen, haben wir nochmal vier, fünf Lieder, die wir dann nochmal, auch nochmal üben. Jetzt hast du gerade eben von Noten gesprochen. Wie wichtig ist es denn, dass man Noten lesen kann, um bei euch mitsingen zu können? Es ist hilfreich, aber kein Muss. Also ich selbst kann ein paar Noten lesen. Klar, nach dieser langen Zeit weiß man ungefähr, wie es gesungen ist. Aber ich habe nie Noten lesen gelernt. Also man findet sich da rein. Gut, man sieht, die eine Note ist höher, die andere ist tiefer. Da kann man sich dran orientieren. Und der Dirigent, der sagt dann schon, wie man eigentlich zu singen hat und ob es stimmt oder ob man ein bisschen höher, ein bisschen tiefer muss. Wir haben ja auch, also gerade wenn wir Lieder anfangen, werden wir oft auch begleitet von unserem Dirigenten mit dem Klavier. Und damit hört man auch, wie hoch man singen muss sozusagen in den einzelnen Stimmen. Man hat die Leute in der eigenen Stimme drumherum. Also Noten lesen ist ein Vorteil, sage ich mal, aber kein Muss. Warum, ihr seid ein Männerchor, kein gemischter Chor? Also bis jetzt, muss man sagen, hat es von der Sängerzahl her immer gereicht für ein Männerchor. Aber es sind leider viele Vereine, die zum gemischten Chor wechseln müssen. Also leider im Sinne von, weil der Männerschwund einfach da ist, weil die als Männer nicht mehr singfähig sind. Dann gehen sie mit den Frauen zusammen, was auch in Ordnung ist. Aber es sind halt auch viele Lieder, die eigentlich für Männerchöre geschrieben sind, die bei uns im Portfolio drin sind. Das ist richtig. Ich denke, es hat traditionell so angefangen. Also früher, als auch der Chor gegründet wurde, gab es hauptsächlich Partituren für Männerchöre. Das hat sich jetzt so ein bisschen aufgeweicht natürlich. Und es ist natürlich moderner geworden, auch zusammen zu singen. Man muss aber schon sagen, und du hast es ganz gut gesagt, es hat dann eine andere Färbung sozusagen. Ob nur Männer singen oder nur Frauen singen oder ein gemischter Chor mit da ist oder vielleicht Instrumente mit dazu oder sowas. Wir haben uns Stand heute dazu entschieden, kann man sagen, weiter Männerchor zu bleiben. Was jetzt nicht heißen muss, dass es in Zukunft auch so bleibt. Welche Herausforderung habt ihr als Männerchor bisher überwunden? Und wie seid ihr damit umgegangen? Also ich habe da natürlich jetzt direkt, logischerweise im Kopf, die Corona-Zeit. Also gerade jetzt mit Lockdown, Gesangsverbot, beziehungsweise Chore durften nicht mehr üben, etc. Also war das somit die größte Herausforderung in den letzten Jahren? Und wie seid ihr damit umgegangen? Definitiv, würde ich sagen. Also Corona hat uns da ganz schön reingerissen, sage ich mal. Gerade mit dem kompletten Verbot der Singerei. Dann wurde ja das teilweise aufgeweicht, dass man irgendwie zwar singen durfte, aber nur mit riesen Abstand. Draußen oder so. Ja, oder draußen. Und das ist, also es macht auf der einen Seite natürlich wesentlich weniger Spaß. Und das ist natürlich auch, kann man sich ja vorstellen, dass die Gemeinschaft so ein bisschen leidet, wenn so der Sängerkamerad drei Meter weit weg ist in jeder Richtung. Das ist natürlich dann auch weit weg von Chorklang oder sowas. Und gerade diese Geschichte, wenn man so weit auseinandersetzt, weil wir sind ja ein Chor. Weil viele sagen, ach, ich kann nicht singen. Also wenn man sagt, komm doch mal, ich singe schon. Nein, ich kann gar nicht singen. Man muss auch nicht singen können, weil man ist ein Chor. Man singt zusammen. Ich bin jetzt auch kein Solosänger. Ich muss auch im Chor singen, weil ich links und rechts auf meine Stimme höre. Und das war halt in der Corona-Zeit, wenn man mal singen durfte, mit diesem großen Abstand, sehr schwer. Als Chorklang haben wir da überhaupt keiner zusammenbekommen. Weil man halt diese zwei Meter Abstand, das war einfach, wir waren ja froh, dass wir uns mal sehen durften. Aber dann danach ging es ja auch schon gleich wieder heim. Ja, man durfte auch nicht zusammensitzen. Man durfte ja nicht zusammensitzen. Und ja, war eine schwierige Zeit. Und wir haben es sogar mal online versucht. Das wäre jetzt meine nächste Frage. Jetzt habe ich nämlich in der Zeit gesehen, dass viele Vereine, also jetzt Singvereine, Chöre, tatsächlich über Teams, über Zoom und wie sie alle heißen, ebenfalls geprobt haben, wo ich immer gedacht habe, also erstens wie, zweitens, man hört es ja viel schlechter. Dann war oftmals die Qualität auch einfach noch sehr, sehr schlecht vom Hören her und so. Dann ist mir oft rausgefallen. Dann ist der eine oder andere eingefroren. Ging es euch auch so? Uns ging das auch so. Also wir haben das ein paar Mal ausbrüht und haben das dann verworfen. Das war für uns keine Option. Einmal wegen der Internetgeschwindigkeit. Da gab es Delays mit drin. Das ist ja, kennt man ja vielleicht, wenn man manchmal so telefoniert schon und man hört sich dann so im Echo eine halbe Sekunde später. Das ist nicht machbar. Da hatten wir mit ganz lustigen Effekten zu kämpfen und haben dann gesagt, dann singen wir lieber gar nicht. Wir waren ja auch in der glücklichen Lage, dass jetzt nicht viele Sänger danach, als wir wieder singen durften, weggeblieben sind. Klar, wir haben ein paar wirklich unsere Ältesten, die 90er, also 90, 95 Jahre alt waren. Das war halt die Corona-Geschichte. Die hätten vielleicht noch ein Jahr mitgesungen, aber durch die Corona-Sache sind die dann nicht mehr zur Probe gekommen, weil sie einfach zu gebrechlich waren. Aber es ist schlimm für die zwei, aber es waren Gott sei Dank nicht mehr. Also ihr hattet auch keinen Mitgliederschwund oder sowas danach? Es hatten ja auch viele. Naja, an den Mitgliedern sind bei uns jetzt keine weggeblieben. Welches war euer bisher beeindruckendster Auftritt als Männerchor? Und wo war der? Definitiv die Romreise, muss man sagen. Ich glaube, 1996 waren wir in Rom mit einer Chorgemeinschaft von unserem vorhergehenden Dirigent, von Alfons Burkhardt. Chorgemeinschaft heißt, der Dirigent hat noch mehrere Chöre. Und dann haben wir alle, die mit wollten, Chöre mit Anhang eine Romreise geplant. Wir waren dann so, ich glaube, 160, 165 aktive Sänger. Wow, okay. Und mit Anhang waren wir über 400 Menschen, sage ich das einfach mal. Manche sind mit dem Flugzeug hingeflogen, mit dem Zug, es war alles organisiert. Und dann hatten wir mehrere Auftritte in Rom, unter anderem auch im Petersdom. Kriege ich jetzt gerade wieder Gänsehaut. Ja, das glaube ich. Man schickt diesem Domkapellmeister nach Rom, schickt man vorab, ich meine, das wären sieben oder acht Lieder, die man gerne vortragen würde in der Sonntagsmesse morgens. Er entscheidet dann, was gesungen wird. Er entscheidet im Vorfeld schon und er entscheidet vor Ort. Wenn der merkt, der Chor ist nichts, da kann es sein, man singt nur nicht mal ein Lied fertig, dann winkt er ab. Während? Während dem Auftritt. Ach was, ich dachte so, auch der Probe oder so? Ne, da wird auch nichts geprobt, sondern wir müssen da so das Lied gut einschicken. Er guckt dann, ob das überhaupt was würdiges ist. Ja, also kurzum, wir haben da gesungen, das lief super. Also wir haben ja auch... Ihr seid nicht abgewunken worden. Wir sind nicht abgewunken worden. Und wir haben alle sieben Lieder gesungen. Okay. Es war so brillant alles. Wir haben sogar noch eine Zugabe gesungen. Und als wir die Kirche, den Petersdom verlassen haben, haben uns die Leute applaudiert. Die haben gesagt, wir sind hier wie die Donkosaken und was weiß ich. Also es war gigantisch. Voller Erfolg. Voller Erfolg. Mega. Und das Highlight, auch zwei Jahre später, Spanien war auch super, aber Rom war natürlich mit. Und dieser Klang mit 160 guten, aktiven Sängern, also Bombe. Aber die Songs setzen doch mal gerade darauf zurück, weil du jetzt sagtest, das muss alles einstudiert sein, irgendwann könnt ihr doch alle Lieder, oder? Also wenn ihr einmal die Woche probt, jetzt ich, die Nicht-Expertin singt, denkt jetzt, irgendwann habt ihr die doch aus dem FF, könnt ihr die doch. Vorausgesetzt, ihr nehmt keine neue auf, oder? Wir haben, wir haben, ich schiele hier mal zu unserem Notenwart, wir haben drei Schränke voll, vier Schränke voll mit Notenblättern, also solche drei schubladigen Akten. Hängeregister. Ja, so Hängeregister. Ja. Könnt ihr alle? Nee, also es sind viele Lieder, die sind vor meiner Zeit, die hat man halt damals gekauft und ältere Mitglieder, die kennen die ja noch und es gibt Lieder, die kramt man raus, die kann man sofort. Und das Schöne ist halt, so wie der Alex vorhin ja auch gesagt hat, wir sind immer ein bisschen aktuell, das heißt, es kommt immer wieder Neues dazu. Gerade was mir jetzt Söhne Schriesheims, wir machen Elvis Songs, dann Robbie Williams, ist ganz toll mit Angels, was sehr schwer ist. Das kommt nächstes Jahr zu unserem Konzert, wollen wir das hinkriegen. Letztendlich muss man sich ja irgendwie einigen. Es ist eine Demokratie an der Stelle, bis zu einem gewissen Grad, sage ich mal. Und ich meine, natürlich muss nicht jedem alles super gefallen und natürlich versucht man auch nicht Leder zu singen, wo die Hälfte sagt, also eigentlich, nicht meins. Das fand ich jetzt großartig. Demokratie bis zu einem gewissen Grad gefällt mir. Jetzt habt ihr eben schon gesagt, wir freuen uns natürlich auch, wenn Nachwuchs dazu kommt, ob das jetzt in diesem Falle tatsächlich jemand Junges ist, also ein junger Mensch oder einfach jemand Neues. Was macht ihr, was braucht ihr, was wollt ihr? Was wir tatsächlich versuchen ist, junge Menschen zu motivieren. Das passiert manchmal ganz direkt, wie mein Sohn zum Beispiel, der wurde direkt angesprochen von unseren Virigenten. Wir saßen da zusammen bei einer Weihnachtsfeier und der kam dann irgendwann an den Tisch und hat gesagt, ihr zwei, kommt mit auf die Bühne, stellt euch mit dazu. Und seitdem singen die eigentlich mit. Also manchmal geht es so ganz direkt. Wir versuchen aber auch natürlich, das nach außen zu tragen. Wir sind ja auf sozialen Medien aktiv, um da irgendwie zu sagen, was wir denn tun. Wir sind mit der Musikschule im Kontakt. Die bringen auch Beiträge bei unserem Jubiläumskonzert. Wenn wir Leute dann da haben, bilden wir die natürlich aus. Einmal im Chor intern, aber wir schicken die auch auf Stimmseminare zum Beispiel. Genau, so wie vor ein paar Wochen. Genau, vor ein paar Wochen war das, wo wir, ich glaube, fünf Leute oder sowas hingeschickt haben, um da auch von außen, sage ich mal, den Chorklang, die Stimmbildung, Atemtechnikern und sowas erklärt zu kriegen und üben zu können. Wir haben einen Altersdurchschnitt im Gesamtchor von, ich weiß nicht, ich glaube, Ingo hatte das mal ausgerechnet, ungefähr 60 oder sowas. Und wir versuchen, und natürlich kann man sich vorstellen, dass nicht alle bereit sind, da sind wir wieder bei dem Liedgut sozusagen, irgendwie ein Robbie Williams Angels zu singen zum Beispiel. Und deswegen war so die Idee, aus dem Gesamtchor ein Teil in einen jungen Chor oder eine junge Chorkonstellation zu bringen, mit dem man dann andere, modernere Lieder singen wollen oder können, gerade im englischsprachigen Bereich, was vielleicht nicht immer so jedermanns Sache ist, wo man dann auch wieder ein neues Publikum begeistern kann und damit wahrscheinlich auch oder hoffentlich auch neue Mitglieder werben kann. Dieses Wochenende, um genau zu sein, heute ist das 100-jährige Jubiläum, das wollt ihr natürlich entsprechend feiern. Wie sieht das Wochenende aus? Was steht an? Wo kann man euch antreffen? Wie sieht das dieses Wochenende aus? Heute Abend fängt ja das Festbankett an. Um 16 Uhr ist eine Ausstellung von Schriesheimer Malerinnen im Foyer in der Metzwighalle in Schriesheim. Das läuft so zwei Stunden lang und um 18 Uhr fängt das offizielle Programm an in der Metzwighalle und da haben wir uns mit einer ein bisschen neuen Bühnentechnik probiert zu präsentieren und werden mal sehen, wie das alles läuft. Also da ein bisschen mit Beamer-Animation, mit einer großen Leinwand und Pep reinbringen und haben da auch noch die Kurpelzer Krummhornbläser mit dabei und die Musikschule. Und ja, das Programm ist recht abwechslungsreich. Wir wollen einfach das ein bisschen auflockern. Die eine Schiene ist mit den Musikern, so eine Vernissage vorneweg mit Schriezeko gibt es da typischerweise. Wir haben ein bisschen Untermalung mit Musik an der Stelle von Saxophonistinnen, die da spielen, die da rumlaufen. Dann natürlich in der Halle schon modern, denke ich mal, mit Lichttechnik, mit Sound, mit Bühne, mit verschiedenen Akteuren, die da auftreten. Also nicht nur alte Chöre mit altem Liedgut, sondern wir haben verschiedene Chöre, die da moderne Dinge singen. Wir haben die Musikschule mit dabei. Genau, wir haben natürlich auch diese, in Anführungszeichen, langweiligen Ehrungen. Ja, genau. Haben wir aber auch sehr bedacht, dass das in Kürze, da haben wir schon im Plan, wir hoffen, dass das auch so klappt, dass das also für keinen langweilig ist. Weil ich finde, die Leute, die lange Jahre dabei sind, das sollte man auch ehren und da sind wir auch stolz drauf. Als ich geehrt worden bin, war ich auch stolz drauf und das soll nicht so abgefertigt sein, aber man kennt es ja, die langen Reden sind wir eigentlich so, dass es nicht so sein wird. Und was auch im Anschluss, wenn der offizielle Teil beendet ist, haben wir dann, ich glaube, ein ganz gutes Lied noch am Schluss, wo dann die Kurpelser Krummhornbläser direkt mit einsteigen und im Anschluss direkt praktisch ihre Stimmungsmusik weiter. Das heißt also, es kann getanzt, gemacht, getrunken werden und bis in die Nacht kann noch gefeiert werden. Kann jeder vorbeikommen? Kann jeder vorbeikommen, ein Schritt ist frei, Essen gibt es natürlich, Trinken gibt es, gute Laune gibt es. Ich denke, da ist für jeden was dabei. Und morgen? Da haben wir ab 10 Uhr morgen, es wird so bis 15 Uhr gehen, sind 16 Vereine, die Liedvorträge noch bringen, Kaffeekuchen gibt es noch, also einfach schönes Liedguthören, die Chöre reisen an, singen und dann ist so circa 15 Uhr, denken wir mal, 15, 16 Uhr wird diese Veranstaltung fertig sein und dann... Unser Motto ist, wir würden gern mit der, mit Schriesheim, mit der gesamten Umgebung feiern, nach dem Motto sehen, hören, genießen, ist für alles was dabei. Und das auch mit befreundeten Chören, das auch mit befreundeten Künstlern sozusagen, dass wir da ein Gesamtpaket liefern, wo sich jeder abgeholt fühlen kann und auch vielleicht ein bisschen über seinen eigenen Tellerrand rausschauen kann. Ich würde euch jetzt eigentlich gerne fragen, wie ist das denn? Steht ihr da ganz starr und trällert vor euch hin oder bewegt, klatscht, tanzt vielleicht choreografienmäßig bei dem einen oder anderen Song? Ich stelle die Frage nicht, sondern sage, weil das wissen wir, ihr kommt heute Abend nach Schriesheim oder morgen und findet es heraus. Genau, genau. So machen wir es. Ich wünsche euch viel Erfolg. Ich sage nur Wellerman zum Beispiel. Ah ja, nicht zu viel Teaser, die soll gucken kommen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß, ganz viel Erfolg heute beziehungsweise morgen und im Nachgang, was die Zukunft anbelangt, ohnehin. Danke, dass ihr da wart. Danke, dass wir da sein durften. Das war WNOZ nah dran. Der Podcast der Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung. Zu hören auf allen gängigen Streamingportalen und auf wnoz.de slash podcast.